Hi, ich heiße Sabrina und mache bei Baumann eine Ausbildung als technische Produktdesignerin in der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau. Hauptsächlich verbringe ich meine Zeit am Computer und erstelle Bauteile, Baugruppen und Gesamtanlagen oder detaillierte Konstruktionspläne nach Norm. Dabei muss ich auf Funktion, Werkstoff, Preise und den richtigen Einsatz von Norm und Kaufteilen achten. Auch setze ich die Änderungen und Verbesserungen in den Konstruktionsplänen um und erstelle Stücklisten und Pläne zur Fertigung und den Einkauf der Bauteile und Baugruppen. Das ist eine sehr vielseitige Tätigkeit, weil keine Baugruppe einer anderen gleicht und jedes Mal eine neue Herausforderung ist. Mir gefällt bei Baumann vor allem das gute Miteinander der Kollegen und Teammitglieder. Man fühlt sich immer willkommen, egal wie neu oder wie jung man ist und das erleichtert einem den Start in das Berufsleben enorm. Auch, dass ich hier als Azubi gleich an echten Aufträgen mitarbeiten darf, finde ich sehr schön. Es ist faszinierend zu sehen, wie aus ein paar Linien auf dem Computer eine echte Maschine wird. Man hat das Gefühl, etwas Reales zu schaffen. Ich werde jetzt noch meine Lehre fertig machen und freue mich schon darauf, fest übernommen zu werden. Die Zukunftsaussichten bei Baumann sind überaus positiv.